Die vier edlen Wahrheiten sind ganz im Kern des Buddhismus. Buddha hat gesagt, solange er die vier edlen Wahrheiten nicht erkannt hatte, hat er sich nicht als vollkommen erleuchtet bezeichnet und gefühlt. Aber dann schon. Die vier edlen Wahrheiten sind eine Frucht der Nacht der Erleuchtung und er hat sie schon in der ersten Lehrrede im Wildpark von Isipatana gelehrt. Ja, worum geht es? In den vier edlen Wahrheiten geht es um das Leiden, so wie wir das kennen. Wir alle haben schon gelitten, wir alle haben im Schicksal gehadert, wir haben uns gewünscht, dass sich doch endlich mal ändern möge, dass wir auch mal Glück haben mögen und so weiter und so fort. Und das ist zutiefst menschlich und das hat der Buddha sehr klar gesehen, bevor er sich auf seinen spirituellen Weg gemacht hat. Und seine Frage hat er übrigens so formuliert. Er hat das Leiden gesehen, in Form von, vor allem von Krankheit, Alter und Tod. Und er hat sich gefragt, ob es denn nicht einen Weg gibt, dieses Leiden zu überwinden. Und das war der Ausgangspunkt seiner Suche. Und dann hat er angefangen. Er hat Meditation studiert, bei zwei bekannten Meditationslehrern. Er hat sehr tiefe Meditationszustände erreicht. Aber er hat gesagt, das ist nicht das, was ich will. Es ist zwar so, wenn ich in tiefer Meditation verweile, dann gibt es keine Probleme mehr. In diesem Augenblick ist alles gut. Aber in dem Moment, wo ich die Meditation verlasse, ist alles wieder genauso, wie es vorher war. Ihr versteht schon ein bisschen das Problem. Meditation kann auch eine Flucht vor der Welt sein. Kann sein, muss nicht sein. Ganz wichtiger Aspekt. Und der Buddha hat die Meditation eigentlich in dieser Form kennengelernt. So ist es ihm beigebracht worden, als junger Mann. Und er hat gesagt, das ist es nicht. Er will ja am Leben teilnehmen. Er will ja leben mit den anderen Menschen. Er will ja leben mit seinen Verwandten, mit seinen Freunden, ohne zu leiden. Und nicht in einer Meditation sich sozusagen wegbegeben, in der der Geist völlig zur Ruhe kommt und sich gar nichts mehr tut. Das ist nicht das Leben, was er will. Also er hat er weitergesucht. Er hat es mit Askese später probiert, jahrelang. Er hat vor allem extrem gefastet. Er ist dabei extrem abgemagert. Und auch fast daran gestorben. Ja, und hat dann eben es noch einmal mit Meditation probiert. Der feine Unterschied war jetzt der, er hatte sich, es ging nicht mehr darum, besonders tiefe Meditationszustände zu erreichen, in denen der Geist völlig zur Ruhe kommt, sondern er war zufrieden mit einem Meditationszustand mittlerer Tiefe, so hat er das genannt. Mittlere Tiefe, das war für ihn, ist für uns schon tief. Ja, also jetzt, wenn jemand Angst hat, der meditiert zu tief, also ist schon tief. Indem tiefer Stille in ihm einkehrt, aber dennoch der Geist erkenntnisfähig bleibt. Das heißt also, Gedanken sehr wohl vorhanden sind. Das war so sein Versuch. Ja, und so hat er dann meditiert in der berühmten Nacht der Erleuchtung und hat die vier edlen Wahrheiten gefunden. Und über die wollen wir heute sprechen. Und sie sind die vier edlen Wahrheiten vom Leiden. Und die erste ist, wie gesagt, das Leiden überall dort ist, wo Menschen sind, dass jeder es kennt. Und die zweite edle Wahrheit ist schon ganz wichtig. Da geht es dann um die Ursachen des Leidens. Was sind eigentlich die Ursachen des Leidens? Und in der Einleitung, in der ersten edlen Wahrheit, hat Buddha als Beispiele für Leiden ganz normale Dinge genannt, wie wir das auch sehen würden. Getrennt sein von Lieben ist Leiden. Das Nicht-Bekommen, was man will, ist Leiden. Und natürlich auch Krankheit und Alter und lauter so ganz normale Dinge hat er genannt. Ja, wie wir das ja vielleicht auch genannt hätten. Aber in der zweiten edlen Wahrheit kommt er jetzt daher mit den Ursachen des Leidens. Und das sind auf einmal nicht mehr diese Dinge der äußeren Welt, wie Krankheit und das Nicht-Bekommen, was man will, sondern auf einmal sind die Ursachen des Leidens Gier, Angst, Ärger, Wut und solche Dinge. Also negative Emotionen. Ich meine, es ist schon verständlich. Die eine Ebene ist natürlich sehr leicht verständlich. Es ist klar, jemand, der wütend ist, ist nicht glücklich. Das kann man, glaube ich, so pauschal einfach mal behaupten. Und wer sich ärgert, auch nicht. Ich meine, man kann dann wieder glücklich werden, wenn man aufhört, sich zu ärgern. Aber wenn man sich ärgert, ist man nicht glücklich. Das ist ganz interessant, dass der Buddha auf einmal den Grund für unser Leiden eine Stufe nach innen verschiebt. Unser normales Denken ist immer das, dass äußere Umstände, denken wir, würden voll durchschlagen auf unser Inneres Empfinden. Wenn wir Glück haben, wenn wir ein Lotto gewinnen, dann müssen wir ja glücklich sein. Wenn wir das bekommen, was wir uns wünschen, zu Weihnachten zum Beispiel, dann müssen wir ja glücklich sein. Wenn wir das nicht bekommen, was wir wollen, oder wenn wir krank werden, oder wenn wir etwas verlieren, das wir sehr lieben, müssen wir ja unglücklich sein. Aber diese Zusammenhänge sind eben nur Gewohnheiten und keine Naturgesetze. Und das ist der ganz zentrale Dreh der vier edlen Wahrheiten. Es mag zwar eine Gewohnheit sein, sich zu freuen, wenn man etwas bekommt. Es mag eine Gewohnheit sein, unglücklich zu sein, wenn man krank wird. Aber es muss nicht so sein. Es sind eben Gewohnheiten. Wir müssen lernen, uns abzukoppeln von den äußeren Umständen und achten auf das, was in uns passiert. Der menschliche Geist ist ein Fluss. Und denken wir mal daran, am Anfang des letzten Jahrhunderts haben die Menschen unglaublich viel schon Abwässer produziert, über Fabriken und in den Städten und alles in die Flüsse geleitet. Und haben die Flüsse damit völlig vergiftet. Und die Fische konnten nicht mehr leben und die Wasserpflanzen konnten nicht leben. Man durfte nicht mehr baden in den Flüssen, weil es zu ungesund war. Und wir haben dann später, im letzten Jahrhundert, gelernt, unsere Abwässer zu klären. Sowohl in den Städten als auch in den Industrieanlagen. Und wie wir gelernt haben, die Abwässer zu klären, sind die Flüsse langsam wieder sauber geworden. Und die Fische sind wieder zurückgekommen. Die Wasserpflanzen sind wieder zurückgekommen. Und man konnte wieder baden. Und so ist es mit unserem Geist. Wir haben unseren Geist viele, viele Jahre vergiftet. Mit negativen Emotionen. Mit Ärger. Mit Wut. Wir haben Angst. Wir machen uns Sorgen. Und das belastet unseren Geist. Und kein Wunder, dass wir nicht glücklich sind. Aber auch, wir haben unseren Geist aber auch vergiftet mit Gier. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der oft falsch verstanden wird. In den Übersetzungen wird immer das Wort Gier verwendet. Und Gier ist ein sehr starkes Wort im Deutschen. Und wir denken immer, wir sind ja nicht gierig. Aber der Buddha hat eben nicht nur diese starke Form der Gier gemeint. Sondern er hat gemeint, mit Gier das ganze Verlangen. Dass wir einfach der Meinung sind, wir können noch nicht glücklich sein. Wir sind zwar nicht gierig, aber wir hätten gern halt ein bisschen eine größere Wohnung. Oder ein bisschen bessere Lage. Oder eine kleine Gehaltserhöhung. Es fehlt ja nicht viel zu unserem Glück. Aber so ein bisschen was fehlt. Und wir haben so viele Vorstellungen, was wir alles brauchen, damit wir glücklich sind. Und merken gar nicht, dass dieses Gefühl uns davon abhält, glücklich zu sein. Solange in meinem Kopf die Vorstellung ist, ich brauche noch das zum Glücklichsein. Ja, wie will ich dann jetzt glücklich sein? Da würde ich mich ja selber widerlegen. Oder? Ja, das funktioniert ja gar nicht. Und wir treiben uns damit an. Und wir rennen dem nach. Ja, wir müssen uns bemühen. Wir müssen uns recht bemühen. Und wir müssen noch ein bisschen gesünder werden. Ja, auch so ein Thema. Genau. Ein bisschen gesünder werden. Die Krankheit noch weg und das noch weg. Und dann sind wir glücklich. So viele Gedanken haben wir. Und wie wollen wir da glücklich sein? Und da hilft eben nur Einsicht und Praxis. Einsicht ist jetzt mal, dass man das überhaupt erst mal reflektiert, mal versteht. Und Übung ist, dass man lernt, einfach sich mal hinzusetzen und alles loszulassen. Alles. Also, ich brauche keine größere Wohnung. So wie es jetzt ist, super. Ich kann hier sitzen. Toll, ne? Also einfach mal hier her setzen. Loslassen die Vorstellungen an Geld, an Wohnung, an Gesundheit. Alles. Einfach mal sitzen. Den Atem spüren. Die Stille spüren. Ja, und wenn es gut läuft, merken wir, es ist alles da, um glücklich zu sein. Oder? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wünsche jedem von euch, dass ihr das erlebt. Es ist so wichtig. Weil dann wissen wir aus eigener Erfahrung, ja, wir können uns lösen. Wir brauchen nicht hinterherlaufen, hinter diesen Dingen. Wir brauchen sie nicht. Wir können auch glücklich sein, wenn wir krank sind. Ich durfte das letzte Woche übrigens üben, ja. Ich habe eine ganze Woche Grippe gehabt. Und sehr zäh erholt. Ich bin heute noch ein bisschen geschwächt. Ja, aber deswegen kann ich auch glücklich sein, oder? Und es ist so wichtig, dass wir das lernen und dass wir das erleben. Dass wir das üben. Und deswegen bin ich ein großer Freund der Morgenmeditation. Empfehle immer wieder, jeden Morgen meditieren. Es ist nicht wichtig, wie lange. Aber sich diese Gewohnheit geben. Das ist schon ein starkes Statement. In der Früh, wir wachen auf. Schritt für Schritt fällt uns alles ein, was es zu tun gibt. Weil wir haben ja doch unsere Projekte. Ja, wir müssen ja in die Arbeit. Und wir müssen ja dieses und jenes. Klar, ein Riesenhaufen Zeug liegt vor uns. Und dann einfach daher gehen, zu seinem Meditationsplatz, die Beine zu kreuzen, die Hände in den Schoß fliegen und zu sagen, also jetzt tue ich erst mal meditieren. Das ist schon ein starkes Statement. Das ist schon etwas, was uns wirklich helfen kann. Ja, das ist das Wichtigste. Meinen Geist reinigen. Meinen Geist klären. Und es einfach genießen. Mit ruhigem, klaren Geist da zu sitzen. Und zu spüren, ja, das Leben ist da. Ich bin mitten im Leben. Ich genieße das Leben. Ich bin glücklich. Das ist Kraft. Und aus dieser Kraft gehen wir dann in die Aktivität. Und machen alles Mögliche. Aber wir machen es nicht, weil wir denken, wir müssen es tun. Wir machen es einfach, weil wir ja Zeit haben, oder? Und wir wollen unsere Zeit ja sinnvoll nutzen. Dann machen wir etwas Sinnvolles. Beginnt mit dem Frühstück. In der Arbeit gibt es auch viel Sinnvolles zu tun. Leicht. Und die Leichtigkeit kommt dadurch rein, wenn die Notwendigkeit wegfällt. Diese Not wegfällt. Ja, das ist eine ganz große Einsicht, die uns der Buddha da in den vier edlen Wahrheiten gegeben hat. Es kommt darauf an, was in unserem Geist ist. Und auch unser Lehrer Thay ist das sehr klar. Ich weiß nicht, ob noch viele sich erinnern können an die Anfangszeit, als das EIB gegründet wurde. Und damals gab es sehr viele, die sich sehr große Sorgen gemacht haben. Weil, vor allem, weil das Gebäude sehr groß ist. Das EIB ist extrem groß. Und man hat sich halt Sorgen gemacht, ob die Mönche und Nonnen das werden erhalten können. Ob das möglich sein wird, so viel Geld aufzutreiben, wo das herkommen soll. Und vielleicht auch Angst gehabt, dass so viel Druck entsteht. Dass die Freunde des EIB zu viel spenden müssen. Naja, und so gab es viele, viele Sorgen. Und einer aus der Sangha hat Semu zusammengenommen und hat Thay um ein Interview gebeten. Und hat in diesem Interview sozusagen stellvertretend für alle Schüler von Thay in Deutschland die Sorgen geschildert. Und Thay gefragt, was er dazu meint. Das war schon ein interessantes, Interview. Thay ist überhaupt nicht auf die praktischen Probleme eingegangen. Aber wie er die Geschichte von den Sorgen gehört hat, hat er gesagt, wenn ihr Sorgen habt, da müsst ihr euch drum kümmern. Da müsst ihr euch gut drum kümmern, dass er die Sorgen überwindet. Und das war sein ganzes Thema. Und Sorgen überwinden hatte nichts mehr mit dem EIB zu tun, sondern mit Sorgen. Er hat genau diese Kurve gekratzt, über die wir jetzt reden. Er hat gesagt, das EIB, ja, das ist doch nur ein äußeres Ding. Aber ihr macht euch Sorgen, das ist der Fehler. Das macht euch krank, klar. Das macht euch Schwierigkeiten, deswegen seid ihr nicht glücklich. Ihr müsst es lernen, diese Sorgen zu überwinden. Darum geht es. Und das war dann, das war das Thema seines Interviews. Ja, da ist unser Lehrer Teil sehr, sehr klar in diesem Punkt. Und das dürfen wir auch nie, nie vermischen. Andererseits darf man es aber auch nicht übertreiben. Das heißt also, grundsätzlich ist es so, dass wir lernen, uns gut um unseren Geist zu kümmern. Damit im Geist so störende Dinge, schädliche Dinge, ungesunde Dinge wie Ärger, Angst, Wut, Gier, Verlangen, eben nicht Raum greifen können. Die entstehen immer wieder, klar, wir kümmern uns gut drum und sie verschwinden wieder. So, es geht ja darum, dass wir es immer wieder klar kriegen, den Geist, frei kriegen, das Herz und uns wohlfühlen. Es bedeutet aber nicht, und das ist ein wichtiges Missverständnis, es bedeutet aber nicht, dass die Umgebung egal wäre. Denn es ist schon eine Leistung, sich geistig abzutrennen von einer schwierigen Umgebung. Die Aussage des Buddha ist zwar, es ist möglich, und der Buddha hat es sicher zu einem extremen Ausmaß geschafft, aber wir stehen an unserer Entwicklung nur an irgendeinem Punkt, irgendwo dazwischen. Und wenn wir in einer schwierigen Umgebung sind, wird uns das immer wieder runterziehen. Immer wieder schwierige Aufgaben geben, wird uns runterziehen und unsere Entwicklung behindern. Wenn wir in einer guten Umgebung sind, wird es die Entwicklung fördern. Und da bin ich Thais sehr dankbar. Viele Buddhisten denken, dass es eben eine gute Übung ist, in einer schwierigen Umgebung zu bleiben. Weil das muss man ja schaffen. So würde ich es nicht sehen. Wir können die Umgebung manchmal ändern, manchmal nicht ändern. Das ist klar. Deswegen ist die wichtigste Übung, zu versuchen, den Geist in Frieden zu halten, glücklich zu halten, auch in schwieriger Umgebung. Aber manchmal können wir die Umgebung ändern und dann sollten wir es auch tun, weil uns das hilft. Ich habe das gerade wieder erlebt. Ich war eine Woche in Plum Village und es ist schon stark, wie diese Umgebung einfach die Achtsamkeit, die Ruhe, die Stille, den inneren Frieden fördert. Es ist unglaublich, wie stark diese Energie ist, wie die mich gleich erfasst hat und meine normale Praxis war gleich fünfmal so gut. Obwohl ich eigentlich nichts anderes gemacht habe. Ich bin ja so hingekommen, wie ich war. Aber die Umgebung war so günstig, so günstig, dass ich eine ganz andere Tiefe erleben konnte. Große Freude für mich war, dass meine Frau das erste Mal mit war und dass es ihr sehr gut getan hat. Sie will auch wieder hinfahren und das erleben. Ja, gut. Also die vier edlen Wahrheiten sind diese Einsicht, dass eben diese negativen Emotionen letztlich unser Leiden verursachen, nicht die äußeren Bedingungen. Dennoch müssen wir uns um die äußeren Bedingungen kümmern. Und ein Thema möchte ich ein bisschen vertiefen. Und das ist das Thema, ja, ich sag mal, Streit oder Nachtragen oder Groll innerhalb der Familie. Das ist ein ganz großes, ganz wichtiges Thema. Manchmal passieren Dinge in der Jugend und wir tragen das unserer Schwester oder unserem Bruder 30, 40 Jahre ewig nach. Und denken uns, ja, da kann man nichts machen. Wieso soll ich da jetzt irgendwas tun? Wieso soll ich da jetzt auf ihn zugehen oder verzeihen? Er hat es ja gar nicht verdient. Er tut ja nichts dafür. Und da kann ich nur sagen, dann habt ihr oder wir die vier edlen Wahrheiten noch nicht verstanden. Denn wir waren ja beim Geist vergiften. Und unser Leiden liegt daran, dass wir unseren Geist mit schlechten Emotionen vergiften. Und eine ist natürlich, wenn wir Groll nachtragen. Das ist eine unangenehme Emotion, die immer wieder in uns hochkocht. Bei jeder Familienfeier. Wenn wir die Person sehen. Oder wenn wir nur daran denken. Oder wenn die Mutter den Bruder erwähnt. Und das ist ein Thema, was das ganze Leben belasten kann und da einen negativen Stern bringen kann. Und es ist unserem Lehrer Teil sehr wichtig, dass wir diese Dinge, dass wir uns gut drum kümmern. Dass wir uns gut drum kümmern und lernen, Frieden zu schließen. Gerade mit unseren Geschwistern und Eltern. Noch wichtiger, mit unseren Eltern, denen wir auch Dinge nachtragen. Keine Kindheit läuft ohne Verletzungen ab. Das ist ein viel zu schwieriges Unterfangen, Kinder großzuziehen. Irgendwas passiert immer. Es ist völlig normal. Wir müssen nur lernen, es zu verzeihen. Und verzeihen geht über Verstehen. Verstehen, was der andere Mensch sich gedacht hat, was er für Schwierigkeiten hatte, was er selber für Ängste hatte, für Nöte hatte, wie der andere Mensch dazu gekommen ist, so zu handeln, wie er handelt. Und wenn wir den Menschen wieder sehen können, in all seinen Schwierigkeiten, dann können wir verzeihen. Und das geht in der Familie und es geht aber auch im größeren Rahmen. Viele von euch haben gehört, dass Plum Village viele Jahre Retreats für Israelis und Palästinenser gemacht haben, in denen es um Versöhnung geht. Und die Retreats waren eigentlich gar nicht so viel anders als normale Retreats. Es ging einmal darum, anzukommen, zu praktizieren, das Herz zu öffnen, Stille zu finden, Ruhe zu finden. Und wenn Tai und Schwester Zhang Kong das gemacht haben, dann haben sie die Gruppen erst einmal separiert, damit eben die Gruppen schnell reinfinden, sich wohlfühlen, sicher fühlen, gut praktizieren können. Die Israelis und die Palästinenser getrennt. Und sich mit ihrem Leid beschäftigen, was sie erlebt haben. Und lernen, das anzunehmen und zu verwandeln. Aber der Höhepunkt dieser Retreats war natürlich immer der, wenn am Schluss die Gruppen zusammenkamen. Und wenn es darum ging, dass Teilnehmer von ihrem eigenen Leiden berichten. Das ist immer der Höhepunkt. Und das wurde abwechselnd gemacht. Also mal haben Israelis über ihr Leiden berichtet und mal haben Palästinenser über ihr Leiden berichtet. Und wenn man das mit offenem Herzen anhört, dann kann man einfach nur Verständnis bekommen und erkennen, dass schrecklich viel schreckliches Leid auf beiden Seiten erlebt wurde. Und wenn die Menschen dafür ihr Herz öffnen können, dann ist Verständnis da, fast wie ein Schlippen. Dann ist es da. Dann ist Verständnis da. Dann ist Versöhnung da. Dann ist Frieden da. So schnell geht das. Wenn man sich lösen kann aus dieser Vorstellung, wir dämonisieren immer, wenn uns jemand etwas antut, dann neigen wir dazu, das Ganze so zu verabsolutieren oder zu dämonisieren. Wenn irgendein schweres Verbrechen passiert, dann steht in der Zeitung die Bestie von Hintertupfing oder so. Ja, wir tun also den anderen entmenschlichen. Aber in dem Moment, wo wir ihn wieder vermenschlichen, dann entsteht Verständnis. Dann sehen wir einfach das ganze Leiden. Wir sehen den Menschen in seinen ganzen Schwierigkeiten. Und dann können wir nicht mehr böse sein. Ja, und das ist, was Thay in diesen Retreats gemacht hat und was sehr viel Heilung bewirkt hat. Und viele der Teilnehmer, die bei diesen Kursen waren, haben sich der Friedensarbeit in Israel und in Palästina verschrieben. Die Retreats finden jetzt seit einigen Jahren nicht mehr statt. Die genauen Gründe weiß ich nicht. Aber sie haben viele Jahre stattgefunden und es sind viele Menschen, haben wirklich ganz groß davon profitiert und haben das zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, diese Einsichten in Israel und in Palästina weiterzubringen. Und das können wir auch zu Hause in unserer Familie machen. Das ist eine ganz neue Qualität, wenn wir solche Probleme lösen. Es sind ganz praktische Schritte, die uns helfen zu einem glücklichen Leben, uns und unseren Familienmitgliedern. Der vierte Schritt bei den vier edlen Wahrheiten. Die vierte edle Wahrheit ist der Weg, der zum Aufheben des Leidens führt. Und das ist der edle achtfache Pfad, in dem Thay auf die Einsicht antwortet, dass Einsicht alleine nicht reicht, sondern dass wir das auch üben müssen. Einsicht ist etwas, was im Geiste passiert, im Verstand, im Intellekt. Und es ist sicherlich gut, wenn wir das mal verstanden haben, die vier edlen Wahrheiten. Aber diese Prinzipien müssen wir einüben. Wir müssen üben mit unseren eigenen Schwierigkeiten, mit unseren eigenen Vorurteilen, mit unserem Hass und mit unserer Gier und mit unserer Vorstellung, es müsse so sein. Und damit müssen wir arbeiten. Und der Buddha hat uns da acht Themengebiete genannt, an denen wir arbeiten können. Eins ist eben die Einsicht oder Weisheit. Das ist klar, das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dann rechtes Denken ist das Nächste. Über das spricht Tai eigentlich nie lange, weil er sagt, wenn rechte Einsicht da ist, dann entsteht daraus logisch gesehen rechtes Denken. Dann gibt es drei Punkte, die sich mit dem Handeln beschäftigen. Die möchte ich heute auch nicht vertiefen. Wir haben die fünf Achtsamkeitsübungen, die das konkretisieren. Denn Buddha hat es eingeteilt in das rechte Handeln, rechte Rede und rechten Lebenserwerb. Und die drei letzten Übungen sind eben die Übungen der eigentliche Geistesschulung. Da geht es um das rechte Bemühen, die rechte Sammlung und rechte Konzentration. Zusammen mit der Weisheit sind es die drei Grundpfeiler unserer Plum Village Praxis. Also Weisheit, Sammlung und Achtsamkeit. Samadhi, Smriti und Prajna. Und das kennt ihr ja alle, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur in der Meditation, sondern auch möglichst oft im Alltag zurückkommen zu unserem Atem, den Atem spüren und mit dem Atem in den Augenblick eintauchen, aufhören, das ganze Denken an Vergangenheit, an Zukunft, sondern einfach spüren. Ja, ich lebe. Der Atem fließt, er strömt ein und aus. Ein und aus. Das ist Leben, pures Leben. Das können wir einfach genießen. Das können wir genießen, im Bus, in der Straßenbahn, im Auto. Das können wir genießen, wenn wir gehen. Das sind schon mal die wichtigsten Übungen. Wenn wir das schaffen, alles ist schon super. Unser Leben hat sich schon erheblich verändert und da können wir schon wirklich glücklich sein. Grundsätzlich kann man es den ganzen Tag machen, bei jeder Tätigkeit, aber es gibt schon Unterschiede im Schwierigkeitsgrad. Aber bleiben wir mal bei dem. Die Ruhe genießen, wenn wir irgendwo sitzen oder warten. Warten, es gibt kein Warten für uns. Das ist das Schöne. Ich war sehr früh da heute, weil es ist immer schwierig, im Berufsverkehr herzukommen. Also aus München rauskommen, ist das eigentliche Problem. Und ich weiß immer nicht so recht, wie lange es dauert und will natürlich auf keinen Fall zu spät kommen. Und heute ist es gut gegangen, also war ich sehr früh da. Ja, ist doch gut. Ist wunderbar. Bin auf und ab gegangen. Draußen erst. Dann haben wir gedacht, jetzt schau ich mal, vielleicht ist es ja offen. Tatsächlich, es war offen. Dann hier drinnen. Ja, ist doch schön. Die Meditation. Den Atem gespürt. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige, zentrale Praxis, die wir immer wieder üben können. Ein gewisses Maß Konzentration braucht es, weil unser Geist dazu neigt, ich sage mal, dösig zu werden. Wenn wir also die Beruhigung spüren, wenn wir den Atem spüren, wie er einfach frei fließt und wenn wir gut sitzen oder gut stehen dabei, dann ist das ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist ganz leicht, angenehm, aber auch der Geist hat eine gewisse Tendenz, dösig zu werden. Ja, und dann kommen wir irgendwann ins Träumen. Und deswegen brauchen wir ein gewisses Maß Konzentration, um den Geist hell und wach zu halten, dass er interessiert bleibt, interessiert eben und hell und wach bleibt, beim Atem dabei bleibt. Ja, und Einsicht. Ja, das sind die Themen, die wir immer üben. Ja, vielleicht, was ich noch erwähnen könnte, es gibt ja die fünf Kräfte, es gibt ja die Lehre, dass wir fünf Kräfte üben sollen und das überlappt sich ja ganz wesentlich mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Nur sind bei den fünf Kräften noch zwei Dinge davor und die auch wichtig und interessant sind und darum möchte ich sie jetzt erwähnen. Die fünf Kräfte sind nämlich Vertrauen, Tatkraft, Weisheit, Achtsamkeit und Konzentration. Gut, Weisheit, Achtsamkeit und Konzentration ist klar, ist unser normales Thema und die ersten zwei sind aber auch interessant. Vertrauen und, ja, und Energie, sage ich mal. Vertrauen deswegen, weil, ich meine, viele von uns haben das schon, aber wir müssen schon verstehen, dass es für den unbedarften Menschen schon auch komisch anschauen kann, ausschauen kann, was wir machen, was wir für eine Übung machen, was wir denken, wie wir meditieren und es braucht eben ein gewisses Vertrauen, sich auf die Übung einzulassen. Das Vertrauen, ja, das wird mir schon gut tun. Das braucht es. Das ist wichtig für einen guten Start und hilft uns, dabei zu bleiben bei der Übung. Und ganz wichtig ist eben diese Energie des Dranbleibens. Diese Tatkraft oder Energie dieser zweite Punkt. Das ist so wichtig, weil man kann zwar eine Einsicht recht schnell haben und das kann sehr beeindruckend sein, wenn man auf einmal klar sieht, ja genau, so ist es. Ist doch ganz einfach. Und es ist ja auch ganz einfach. Schon. Es ist ganz einfach. Aber wir haben in unserem Körper, in unserem Unbewussten, jahrzehntelang falsches Verhalten antrainiert, eingeübt. Das ist in uns jetzt drinnen und das verschwindet nicht innerhalb von einer Viertelstunde. Ja, das geht einfach nicht. Das schafft niemand. Wir müssen es einüben. Wir müssen immer wieder üben, es immer wieder schaffen. Ja, da ist Ärger. Ich ärgere mich über diesen Menschen. Aber bringt es das? Ja? Muss das sein? Und dann gleich die Kurve. Ja, was macht der eigentlich? Was denkt der sich dabei? Was will der? Oder was braucht der? Und diese Kurve einfach kratzen, bis sich der Geist wieder beruhigt und sagt, naja gut, okay, der kann halt nicht anders. Ja, dann lassen wir ihn halt. Kann halt nicht anders. Okay, ich kann damit leben. Toll. Wo ist das Problem? Aber diese Kurve müssen wir immer wieder kratzen, weil erst ist der Ärger da. Gebreien, gewohnheitsmäßig, so wie immer. Erst ist er da, der Ärger. Und den müssen wir beruhigen und langsam die Kurve kratzen, bis wir wieder zum Ausgangspunkt sind und sagen, es ist wie es ist, es ist eigentlich gar kein Problem. Ich verstehe gar nicht, warum der Ärger kam. Das müssen wir einüben. Und wenn wir das oft machen, immer und immer wieder, dann werden wir schon merken, wie auch unser Unbewusstes sich verändert und wie es dazulernt und weniger heftig reagiert, gleich freundlicher reagiert. Das ist eine Herzenssache, die Übung braucht. Viele, viele Jahre Übung. Ich mache das jetzt 20 Jahre, diese Übung und bereue keinen Tag. Mein Leben hat sich komplett geändert. Ich weiß nicht, ob mich noch viele wiedererkennen, die mich von damals kennen. Aber das muss auch nicht sein. Ich habe mich halt neu erfunden. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ja, und ich wünsche euch viel Freude, viel Vertrauen auf den Weg, viel Tatkraft und übt fleißig. Immer wieder die Achtsamkeit üben, mit Konzentration aufrechterhalten und in der Tiefe und in der Stille werden immer wieder neue Einsichten kommen und wir werden es immer besser verstehen, wie das so läuft auf der Welt und werden immer mehr erkennen, es ist schon in Ordnung. Es passt schon. Ja, damit würde ich es heute mal gut sein lassen. Danke fürs Zuhören. 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 Zuhören.